Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Konstanz, mein Name ist Michaela Jonasson vom Sozial- und Jugendamt. Für persönliche Belange und rund um das Thema Familie haben wir für Sie eine Hotline eingerichtet mit der Nummer 900 4000. Unsere Mitarbeiterinnen sind von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr für Sie da. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.